Alter, was ist denn hier passiert? Ey, da trifft mich der Blitz beim Scheißen, wenn ich das hier sehe. Guck dir das mal an. Der Blitz soll dich beim Scheißen sein! Hat hier jemand, ist hier jemand gestorben oder was? Haha. So, herzlich willkommen liebe Freunde zu einem neuen Video, zu einem neuen Game. Hausflipper. In diesem Spiel muss man die Häuser reinigen, die man dann weiterverkauft, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt und schauen. FBI, open up! Oh shit, here we go again. Alter, wie sieht's denn hier aus? Alter, hat hier jemand Lack gesoffen oder? So, wir räumen erstmal hier alles auf hier. So, zack, 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 zack. Reinigen. Ja, erstmal, genau so. Machen wir alles sauber hier. Alter, hier gab's glaube ich eine Party, so wie's hier aussieht. Okay, da rechts steht, was wir alles machen müssen. Reinigen wir den Müll auf, reinigen Verschmutzungen hin, bla bla. So, machen wir die ganze Wand hier sauber. Mit dem Milch-Mob. Milch-Mob. Ja, ist klar. Machen wir alles sauber hier. So, genau. Schrupp mal hier, schrupp mal da. Alter, aber wie sieht's denn hier aus? Alter, wirst du ja bekloppt wirst du hier. Alter, stopp! Genau, pack mal den ganzen Müll hier weg. Zack, zack, zack. Ja, ja, komm, lass, kann ich mal eine Aufgabe, fertig machen hier? Ah, okay. Okay. Das kommt da oben hin. So. Ist okay! Ah, Heizung. Ja, das kommt noch. Erstmal muss ich hier ein bisschen sauber machen. Aber das Bad sieht eigentlich, ja, okay. Also außer Blutspuren hier im Waschbecken. Was da wohl passiert ist. Ich frage mich eigentlich nicht, warum ich hier mit Jacke sitze. Meine Heizung ist kaputt. Machen wir alles sauber hier. So, den Boden auch hier. So. Ach, das sieht doch super aus hier. Kontostand, 30.000. Nice. Verschmutzungen, wo sind hier noch Verschmutzungen? Hallo, wo ist hier noch Dreck hier? Warte mal. Ist hier noch Dreck? Wo ist hier Dreck? Machen wir das Licht an. Ah, jawoll, nice. So, Heizung kaufen. Aufräumen. Bauen. Shop. Wir brauchen eine... Äh, äh, äh. Kann man hier... Heizung. Genau. Zack. Montieren. Zack. Voll easy, Mann. Jawoll! Alter, ich bin der Clean Profi Man. So, 100% des Auftrags. Du kannst den Auftrag jetzt für 785 Dollar schicken. Nee, ich wollte mich noch ein bisschen hier umgucken. Ach, komm, scheiß drauf. Yes. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal sowas Größeres. Ich hab Bock, eine größere Bude zu sauerzumachen. Alter, hier sieht's, bei mir, weiß ich, ich mach woanders sauber und hier sieht's aus wie Scheiße. Okay, ich muss mal auch sauber machen hier. Ach, scheiß drauf, Digga. Ach, scheiß drauf! 500 Quadratmeter. Ein Haus, das etwas verbirgt. Alter, was gibt's denn hier alles? Ich würde mal sagen, ähm... Ein Haus, das etwas verbirgt, klingt interessant. Ich hab kein Geld. Ähm... Machen wir das kaum. Also, ich wollte da was Großes machen. Geht nicht. Super. Ah! Oh, sorry. Sorry! So! Schicke Karre hier. Alter! Was ist denn hier passiert? Wie schaffen es die Menschen, eine Garage so dreckig zu machen? Kommen wir mir vor wie eine Putzfrau hier. Egal, ich mach das doch gerne für die Menschen hier, damit die Garage wieder schön sauber ist. So, hier auch. Genau. Zack, zack, zack. Zack. Die Fahrräder lass ich mal hier. Ähm... Komm, du kommst jetzt mal. Erstmal zur Seite mit euch. Ach, geh zur Seite! Also, ich drück jedes Mal die falsche Taste. So, genau. Bremssprung, komm auch weg hier. Alter, jetzt läuft, Mann. Jetzt macht's voll Bock. Ja, schön zu putzen. So, und du kommst wieder hier in die Ecke. So, dann räumen wir weiter den Müll auf. Zack. Neuer für den ganzen Morgen. Jawohl! Zack, 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 zack. Sich reinigen wir auch. Keine Sorge. Können Sie bitte diesen Gegenstand nehmen? Nein! Nicht den Schrank. Ach. Mir ist scheißegal. Mach ich halt den. Scheiße weg. Zack, zack, zack. Reinige die Verschmutzungen. Ah, hier der Tisch. Fenster reinigen. Was ist jetzt los? Alter, geil! Junge! Alter, so ein Gerät brühe ich auch für zu Hause. So, machen wir auch hier schön. Jawohl! Alter, wir sind so gut, Mann. Wirklich. Also, yes. Ja, schon immer von einem schönen Wohnzimmer geträumt. Ja, ich träume auch viel. Guten Tag, Mann. Ja, komm, machen wir das hier einfach. Gratuliere, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du die Hände mit einem Pinsel streichen. Du musst nur noch mit dem Tablet Farbe kaufen. Alter, jetzt habe ich einen Pinsel, Mann. Also, ich habe hier auch Fertigkeiten, stimmt. Äh, oh, das hier. Und. Und höheres Einkommen. Genau, das ist auch wichtig. So, dann gehen wir mal rein. 500. Ach so, außen. Ich muss gerade sagen. Boah, wie sieht es denn hier aus? Sie sieht ja wie scheiße aus hier. Kann ich auch Sachen verkaufen? Ich sollte das nicht tun. Junge, tu es. Wir spielen hier keinen Diebstahl-Simulator. Okay. Ey, da kommen mir ja die Kotze hoch, wenn ich das hier sehe. Guck dir mal die Scheiße hier an. Weg mit dem Müll hier. Alter, hei, der Witzker, du. Mach das Bett. Jetzt soll ich doch sogar das Bett machen. Was soll ich noch alles hier machen? Blöde Eimpel macht's, gell, der blöde Eimpel. Alter, ich sag's dir, ey. Schriftschrapp. Pümmel ab. Ah, nee, das war was anderes. So, dann noch die Wand hier unten. Könnte auch Schimmel sein, aber wir kriegen alles mit dem Wischmuck weg. So, hier im Flur auch noch. So, easy, easy. Ach, das sieht doch schön aus. Das sieht doch wirklich wunderbar hier aus. Aber das dauert hier. Ach, ich muss sogar Gegenstände kaufen? Sag mal, ich bin hier Reinigung und kein Möbelpacker hier. So, schriftschrapp, Pümmel ab. Junge, was darf ich? Oh, Mann, ey. So. Ah, Digger, das dauert. Döp, 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 döp. Wieso dauert das so lang hier? Und der Schrank ist auch dreckig. Und unten in der Heizung ist noch Dreck. Weg mit dem Dreck. So, jawohl, passt. Ja, ist noch Dreck hier unten. Ich sehe alle Tiere. Ich habe Adleraugen, Mann. Alter, was ist denn hier passiert? Ey, da trifft mich der Blitz beim Scheißen, wenn ich das hier sehe. Guck dir das mal an. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Hat hier jemand, ist hier jemand gestorben oder was? Alter, weg mit dem Müll hier. Ey, hier sieht es ja aus, du. Ey, da kommt mir die Kotze hier hoch, ey. Da kriege ich ja Würgereiz. Alter, ey, das gibt es doch nicht. So, weg mit dem Müll hier. Und auch hier. Also, das ist ja unmöglich. Wie die Leute hier hausen. Ey, das ist ja abartig. Das ist doch nicht mehr menschlich. Hier, die Fenster machen wir zum Schluss. Wir machen erstmal hier so das Grube Dreck hier weg. Dreck weg. So, hier war ich auch noch nicht drin. Ah, hier sieht es ja auch. Also, ich habe daneben geschissen. Muss in die Toilette so ein Geschäft ausführen, gell? Ich weiß nicht, ob das manche Menschen wissen. Aber so, wie es hier aussieht, wissen die das wohl nicht. Mann, oh Mann, oh Mann, echt. Jetzt kommen, Alter. Was ist denn? Kommst du da mit dran oder was? Das ist doch 10 Meter, Arme. Lalalalalala. So, perfekt. Kommt er hier nicht hoch. Zack. Easy. So, vier auf der Fensterbank auch noch putzen. Okay, hier oben auch noch, ja. Die Fenster, ey. Mein Gott, ey. Was hier wohl gemacht wurde. Hier oben auch noch. Genau. So. Alter, wir sind Maschine, wirklich. Also, wir sind richtig hier so. Ja, wie soll ich sagen? Putzprofis. So. Und dann der letzte Fenster hier noch. Alter, das dauert hier auch, gell? Mann, oh Mann, oh Mann. So. Fortschritt. Alter, wir haben hier gerade mal erst die Hälfte. Ach, die Fenster. Wie viel Arbeit, Junge. Also, ganz ehrlich, es macht schon Bock. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie jetzt hier in Darks zocken. Ehrlich gesagt. Also, da gibt es schon, ja, interessantere Spiele, so. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Genau. Holen wir den Wischmopp hier raus. Zack. Und hier auch noch sauber. Ja, wo ist hier noch Dreck? Wo ist denn hier noch Dreck? Hallo, wo ist hier noch Dreck? Ich würde ja gerne wissen, wo hier noch Dreck ist. Hier ist doch alles sauber. Willst du mich verarschen? Einen Boden, oder? Ach, der, ah, ne, der. So. Streiche mir den Farben Pastellrosa. Dann holen wir mal die Farbe. Rosa. Ass. Farbe Rosa. Pastell. Pastellrosa. Genau. Zack. Okay. Streichen. Dann tun wir da. So. Alter, geil, ey. Das macht richtig Bock. So, machen wir alles sauber hier. Äh, nicht sauber. Alter, ist schon leer? Boah, ey, wie viel Farbe brauche ich denn hier? Alter, das kommt auf meine Kosten hier. So, hier auch noch. Oh, Digger. Ich dachte, so ein Eimer reicht, aber irgendwie nicht so. Ha, 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 ha. Ich hol mir danach ein XL einmal, ey. Das dauert ja zehn Jahre hier. Oh, Digger, das geht mir auf den Sack. Ne, für den ganzen Punkt. Geil. Malen. Wie viel schön ist keine Farbe? Perfekt. Jetzt kann ich endlos hier Farbe streichen, oder was? Wie geil ist das denn? Was? Das ist ja Verarschung. Ich will mein Geld zurück. Sag mal, alles in rosa hier, komm. Geiles Game. Also, es macht schon Bock, wie gesagt, aber... Es ist schon anstrengend, ja. Wir kaufen jetzt mal einen großen Eimer hier. So, Shop. Oh, ich denke mal, das reicht. Ich liebe es zu malen, denn malen macht so Spaß. Malen nach Zahlen, das habe ich früher gemacht. Ich bin doch noch nicht fertig. Ich will den Auftrag schon komplett fertig machen. Weil ich will hier aber richtig Kohle kassieren. Ne, weil ich bin hier alleine erzielt, dann bin ich noch selbstständig. Und das ist nicht leicht. Als Tapetenmaler. Ich meine, ich muss den Zimmer ja fertig machen. Ich kann das ja eigentlich einfach so lassen, ne? Na klar. Was? Ich würde 4500... Alter, 4000 Nacken auf meinen Nacken, Digga. Alter, wenn diesmal so in echt wäre. Haha. Okay, dann passt es. Dann verkaufe ich die Scheiß hier wieder. So, zack. Okay. Gegenstand kaufen. Kinderbett. Dann holen wir mal ein Kinderbett. Ja, schlichtes. Zack. Wieso wird es jetzt nicht angezeigt? Digga, ach scheiß drauf, komm. Scheiß, die waren dann, ey. Ich habe keinen Bock, meinen Auftrag beenden hier. So, 4000, zack. So, ich würde sagen, das war es auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und, äh, genau. Da schauen wir mal, was wir hier noch so machen können. Und, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und, ciao, ciao. Und, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020